Hallo zusammen, ich bin Dani Schilliger und ich mache Freiwilligenarbeit. Wir sind hier in Zürich vor dem Office des Metz-Saint-Frontier und da habe ich als Logistiker gearbeitet. Man lebt nur einmal und man sollte das machen, was man will. Und für mich war die Motivation, einen gewissen Bubentraum zu erfüllen. Gleichzeitig ist es wirklich auch etwas Schönes oder ein sehr erfüllendes Beglücken zu helfen zu können. Und es ist auch so, dass natürlich eine gewisse Abenteuerlust dahinter ist, wenn man sich für etwas entscheidet. Man bekommt mehr darüber, was auf der Welt läuft. Man ist mit sich selbst konfrontiert, wieso man dort ist, wieso man das macht. Man ist mit dem Leben und dem Tod konfrontiert, tagtäglich. Und das ist sicher nicht immer einfach. Es ist eine anspruchsvolle, intensive Zeit, die einen prägt. Massel, mit dem Geschäft Gudrunken herrscht. Man hat die voilà eine die- wir brauchen, die Menschen zu embryonigen. Und dann strokes dich nie wieder. aja.